Wie kann es sein, dass Gott uns nicht sieht durch die Wolken? Mensch, schon wieder ist in meiner Stadt der Himmel drauf, wieder mal der Himmel drauf. Sag mir, hörst du diese Schlimme auf? Viele Menschen sagen, Leben sei zu kurz, um Deutsch zu lernen. Für mich ist aber das Erlernen der deutschen Sprache ein lebenslanger Prozess, der mir viele Türen öffnet und einen ganz besonderen Zugang zu Menschen und Kulturen ermöglicht. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal mit Deutschen in Kontakt kam. Das war in meiner Grundschule und alles kam mir so schwierig und demotivierend vor. Also Fälle, Deklinationen, Wortfolge im Deutschen, Aussprache, Artikel. Mittlerweile ist es mir jedoch gelungen, viele verschiedene Methoden auszuprobieren und damit effektiver zu lernen, einen intensiven Deutschkurs in Wien zu absolvieren und dort viele neue Kontakte zu Anheimischen zu knüpfen. Und was ist das Wichtigste? Ich habe einen Gefallen am Deutschen gefunden. Jetzt stehe ich hier vor meinem Gymnasium, wo ich in ein paar Monaten mein Deutschabitur machen werde. Los geht's! Das Beste ist noch nicht vorbei Gib mir die Hand und wir springen zusammen bei 1, 2, 3 Trau mir, es lohnt sich, Deutsch zu lernen. Wenn du Deutsch, also die am häufigsten gesprochene Muttersprache in der Europäischen Union und eine sehr, sehr wichtige internationale Sprache beherrschst, hast du automatisch viele Vorteile. Das Beste ist noch nicht vorbei Das Beste ist noch nicht vorbei Also du kannst viele weitere Informationsquellen benutzen, hast bessere Berufsschancen, natürlich auch in der Slowakei und eine bessere Position auf dem Arbeitsmarkt und diese direkte Kommunikationsfähigkeit mit Menschen aus anderen Ländern ohne die Brücke des Englischen. Und das sind nur einige Beispiele. Es ist egal, ob du eine Sprachschule besuchst, einen Privatunterricht nimmst, mit einer Sprachlern-Applikation oder zu Hause mit Hilfe von Büchern lernst. Offene und positive Einstellung ist alles, was du eigentlich brauchst, um erfolgreich zu sein. Vergiss nicht! Englisch ist heutzutage immer wieder ein Muss, aber Deutsch ist ein größeres Plus. Also viel Spaß und Glück beim Deutsch lernen! Tschüss! 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 Vielen Dank.